Kapitel 14 Alhambra. Hey, da gibt's ja richtig viel dazu im Internet. Mira starrte auf den Bildschirm ihres Computers und überflog die erste Seite. Maurische Königsburg. Rote Zitadelle genannt. Macht- und Kunstfülle des maurischen Königtums. Mauern erglühen im Licht der Tageszeiten in den unterschiedlichsten Farbnuancen eines zarten Rot. Farbenspiel. Kunstvolle Ornamentik und Wasserspiele. Wow, Miras Wangen glühten vor Aufregung. Es klopfte. Come in! Das klang schon echt amerikanisch, wie ein Profi. Lili eierte mit einem Tablett zur Tür herein. Kamillentee. Schon wieder Kamillentee. Ich möchte mal wissen, wo du dir diese Erkältung geholt hast. Mehr Vitamine kann man dir wirklich nicht mehr einflüssen. Bist du krank? Hast du mit den bösen Mächten Zank? Lili. Jetzt mach mal einen Punkt. Erkältungen kommen in den besten Familien vor. Ohne böse Mächte, aber mit Bazillen. Wenn Lili nicht manchmal so nerven würde, wäre sie ja eigentlich richtig süß. Ist Mami da? Auf der Schönheitsfarm. Aha, auf der Beautyfarm. Hat sie ihr Handy mit? Aber natürlich doch. Es könnte ja die Firma anrufen. Und ich? Mami? Mhm. Haben sie dich gerade unter dem Messer? Sally massiert gerade ein Peeling ein. Habe ich dich richtig verstanden? Sally massiert dir gerade ein Peeling ein? Mhm. Du Mami? Mhm. Habt ihr schon entschieden, wo wir im Sommer Ferien machen? Mhm. Also nein. Mhm. Mami, ich hätte da eine ganz, ganz tolle Idee. Mhm. Südspanien. Granada. All... Für euch. Naja, wir könnten ja schon im Juni fahren. Schuss. Oder später, im September. Mhm. Mami, ich hab so tolle Fotos von dieser Alhambra gesehen. Mhm. Schon schön. Überlegt ihr's euch mal? Mhm. Bitte, Mami, red mal mit Dad drüber. Mhm. Okay. Schönes Schön machen. Tschüss. Mira und Juan stürmten aus der U-Bahn nach oben. Ich habe Mami erzählt, Mrs. Howe würde uns hierher fahren. Mami hasst U-Bahn. Der entgeht was. Der entgeht sowieso ganz viel. Mira blieb stehen. So, Madison Avenue. Und jetzt? Einfach hier links. Und jetzt hier rein. Das ist es. Wow. Ein Wolkenkratzer der ganz glitschigen Art. Schwarze Glasfassade, die sanft nach unten breiter wurde, wie eine riesige Sprungschanze aus Glas. Ab nach oben. Schaffen wir's noch? Juan markierte ganz den Weltmann. Als würde er das täglich schon zum Frühstück tun, drückte er auf den obersten Fahrstuhlknopf. Gerade auf den letzten Drücker hatten sie's geschafft. Kimberley und Dajon liefen geradewegs auf den Fahrstuhl zu. Ballettschuhe baumelten zusammengeknüpft über ihren Schultern. Kimberleys waren natürlich viel schöner als Dajons. Juan! Mira! brüllte Dajon. Ja, was erschreckt ihr mich auf meine alten Tage? Juan, was ist denn mit dir los? Juan zog die drei Mädchen zur Seite ans Fenster. Gott, so muss man sich als Pilot fühlen, stieß er aus, als er Manhattan grandios zu seinen Füßen liegen sah. Kein Wort zu dem Mordspflaster auf seiner Stirn. Mira griff ein. Sam, es war wieder Sam. Die ganze Truppe hat ihm aufgelauert und ihn mit dem Kopf auf die CD-Schwarzpresse gestoßen. Nach dem Motto, nächstes Mal stecken wir dich da rein. Was? In die Presse? Dajon wurde unter ihrer weißen Schminke, die jetzt, nach dem Ballett, nicht mehr so ganz perfekt zu nennen war, ziemlich grün. Wir sind hier, weil wir uns etwas überlegen wollen, womit wir diesen Ekelpaketen einen Denkzettel verpassen können, den sie nie, nie, nie vergessen werden. Auch wenn wir nur Mädchen sind. Wir werden dich da raushauen. Mira konnte sich diesen Seitenhieb nicht verkneifen. Na, 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 wieso denn so empfindlich? Juan war das natürlich grottenpeinlich. Mira hatte seine Macho-Macke entlarvt. Habt ihr denn schon eine Idee? fragte Dajon und setzte sich auf den Teppichboden. Nee, gar keine. Juan plumpste ganz dicht neben sie. Es müsste etwas sein, wovor der Kerl Angst hat. Richtig Angst. Kimberley war immer so besonnen und sie hatte ziemlich häufig die richtigen Gedanken zur richtigen Zeit. Und genau das weiß ich. Das, was dem Angst einjagt. Mira sonnte sich in den sechs großen, fragenden Augen. Frösche! Sam hat einen Heidenrespekt vor Fröschen. Er hat sie nämlich früher dutzendweise umgebracht. Und irgendwer muss ihm erzählt haben, dass die sich irgendwann an ihm rächen werden. Die sechs Augen sahen jetzt ziemlich enttäuscht aus. Woher willst du denn das so genau wissen? Juan spielte mit Dajons Poncho-Fransen. Ich hatte da so ein einschlägiges Erlebnis. Genauer möchte ich mich dazu nicht äußern. Wenn du was Besseres weißt, bitte. Für gute Vorschläge bin ich immer offen. Mira machte einen auf eingeschnappt. Und siehe da, es wirkte. Vor allem, weil keiner eine bessere Idee hatte. Also Frösche. Hat jemand besondere Beziehungen zu Fröschen? Mira blickte auffordernd in die Runde. Kichernd steckten sie die Köpfe zusammen. Die vier standen unten auf der Madison Avenue. Dajon quäkte mit verstellter Stimme durch ein Taschentuch ins Handy. Sam, Dana hier. Du kennst mich nicht. Ich bin die Schwester von der, äh, der Person, die dich beauftragt hat. Der Fall Juan Sanchez Mira Mai, du weißt schon. Sam antwortete kurz. Dajon schnitt eine Grimasse. Du wirst dir dein, das kann ja jeder sagen, gleich in die Haare schmieren, wenn ich dir sage, worum es geht. Dajon war echt die geborene Schauspielerin. Wir haben einen Laden aufgetan. In dem gibt es solche Handys, wie Mira Mai eins hat. Die können natürlich nicht so viel wie ihres, aber sie sehen genauso aus. Du könntest dort also eins kaufen, ist Ramsch, nicht teuer, und dann tauschst du's einfach aus. Kurze heftige Antwort. Dajon reckte grinsend den Daumen nach oben. Ganz nah bei dir, Orchard Road, Chinatown, Souterrain, ganz hinten links, Frogbone steht draußen dran. Sam fragte was nach. Das sind Chinesen. Sie wollten den Laden eigentlich Frogphone nennen, aber das haben die nicht so hingekriegt mit der Aussprache. Die öffnen übrigens immer erst um sechs Uhr abends, weil sie alle noch ein paar andere Jobs haben. Sam hatte ihn geschluckt, den Köder. Ein freundlicher Chinese hockte an der hinteren Kellerwand. Mira drückte ihm gerade ihr Handy in die Hand. Juan und Dajon waren damit beschäftigt, gemeinsam mit einem anderen jungen Chinesen ein Geländer abzuschrauben, das eine tiefe Kuhle im Fußboden umschloss. Achtung, er kommt, allein. Kimberly stürzte zur Tür herein. Alles wie besprochen, zischte Dajon und verschwand mit den anderen in einem Holzverschlag in der Wand. Die beiden Chinesen lächelten verschmitzt und blieben sitzen. Kurze Zeit später öffnete sich quietschend die Tür. Sam tappte ins Halbdunkel. Hallo, ist da wer? Seine Stimme klang nicht gerade Tarzan mäßig. Good evening, Seel. Was kann ich tun für Sie? Der junge Chinese hatte sich erhoben und machte eine freundliche Verbeugung. Sie, ähm, Sie führen Handys? Sieht irgendwie nicht danach aus. Doch, Seel will füllen Handys, aber null eine sollte. Ach ja? Welche denn? Seel, Seel, selten hat Flügel. Wild, sel, selten nachgeflaggt. Modell Solemio. Kann ich das mal sehen? Sams Augen flackerten gierig. Sie haben Glück. Mein Vater, Dold, hat noch eins auf Lüggel. Der junge Chinese wies zur hinteren Wand hinüber. Dort hockte der Alte mit Miras Handy auf den Knien. Sam dachte nicht lange nach und stürzte wie vom Affen gebissen auf ihn zu. Da lag er nun in der Kuhle, inmitten von tausenden Fröschen, aber tausenden. Autsch, die beißen ja, holen sie mich hier raus. Sams Stimme klang erbärmlich. Still und leise hatten sich die vier aus ihrem Versteck geschlichen und rollten behendet den vorbereiteten Maschendraht aus. Klok, klok, klok. Schon war er an den vier Ecken über der Kuhle festgenagelt. Und schon nagelten sie auch die Längsseiten zu. Sam hatte Miras Profil erkannt. Mira, du Ratte, du steckst dahinter. Das war mehr ein Wimmern als ein Schrei. Autsch, diese frösche Beißen, was sind das denn für Giftswerge? Das sind keine Giftswerge, schnitt ihm der junge Chinese das Wort ab. Das sind Wundelballetile. Blennende, Jünan, Schnapp, Zungenflosch. Schmeckt hell vorlagend. Wie? Ich sitze hier in einer Froschzucht? Jawohl, du Mistel-Sem-Du. Und sie werden so lange da drin sitzen bleiben, bis sie sich erstens bei Juan und Dayon und Kimberly und mir in aller Form entschuldigt und zweitens allen geschworen haben, dass sie ihre albernen Überfälle auf uns ein für allemal einstellen. Mira wuchs über sich selbst hinaus. Der alte Chinese nickte anerkennend zu ihr herüber. Übrigens, diese Frösche schmecken hervorragend, zumindest ihre Schenkel. In China isst man sie sehr gerne roh. Dumm ist nur, dass sie im lebenden Zustand ein gewisses Gift auf der Zunge haben, mit dem sie Insekten töten. Das bekommt den Menschen in hohen Dosen ebenfalls nicht sehr gut. Wir wissen im Übrigen nicht, wie die brennenden Jünan-Schnappzungen-Frösche reagieren, wenn sie es mit einem Mörder zu tun haben. Mit einem hundertfachen Froschmörder. Stille. Wie? War da ein Schluchzen zu hören? Der mächtige Sam weinte? Eine Sensation. So, ich glaube, das wär's fürs Erste. Wir gehen dann mal nach Hause. Das Abendbrot wartet. Wenn Sie bereit sind fürs Schwören, lassen Sie es uns wissen, Mr. Sam. Die chinesischen Samurai-Bewacher sind immer für Sie da. Mira nahm das Handy mit dem charmantesten Lächeln, das sie aufzubieten hatte, wieder an sich und schob dem Chinesen schnell, wie vereinbart, die Brosche zu. Die hatte sie von ihrer Großtante geerbt. Aquamarien und Diamanten, die fand sie sowieso scheußlich. Und Broschen trug sie nie. Guten Appetit, riefen die vier im Chor. Ob sie Sam oder die Frösche meinten oder die sich davontrollenden vier Freunde, blieb dabei offen. Der Morgen würde fürchterlich sein für Sam. Und die vier hatten überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Wer nicht hören will, muss fühlen, flötete Mira, als sie die Kellertür öffnete. Holt mich hier raus. Holt mich bitte, bitte, bitte hier raus. Sie pressen mich auf. Sie sind überall. Hier in meiner Hose, in meiner Jacke. Platsch! Sie springen mir ins Gesicht. Ja, ja. Morgens sind sie besonders aktiv, die Kerlchen. Können wir von den meisten Menschen nicht behaupten, kicherte Dajon. Was ist nun? Schwörst du oder schwörst du nicht? Hier sind sechs Zeugen. Die beiden Chinesen nickten freundlich. Sie sahen überhaupt nicht übernächtigt aus. Ich schwöre alles. Was ihr wollt? Alles. Nur holt mich hier raus. Sam klang so weinerlich, das war ja schon peinlich. Also entschuldige dich. Mira sollte Lehrerin werden, dachte Juan. Die klingt ja saustreng. Also, ich entschuldige mich hiermit. Bei wem? Kam es scharf zurück. Bei allen. Bei wem? Sam holte Tiefluft. Ich entschuldige mich bei Kimberly, bei Dajon, bei Juan und bei Miramai. Das letzte klang jetzt doch sehr gepresst. Wofür? Für die, ähm, Vorfälle der letzten Zeit. Wofür? Dafür, dass ich euch hin und wieder etwas angegangen bin. Wofür? Sam schnaufte. Dafür, dass ich euch immer mal einen in die Fresse gehauen hab. Gut. Und jetzt der Schwur. Pause. Also, ich schwöre, dass ich von nun an niemanden mehr von euch angreifen werde. Was noch? Wie, was noch? Nicht angreifen ist zu wenig. Blöde Ziege! zischte Sam zwischen den Zähnen hindurch. Du schwörst, dass du nie wieder blöde Ziege zu irgendeinem von uns sagen wirst. Mein Gott, das konnte ja noch ewig gehen. Also, ich schwöre, dass ich nie wieder blöde Ziege zu einem von euch sagen werde, leierte Sam gelangweilt herunter. Und? Weiter, weiter? Ich schwöre, dass ich von nun an niemanden von euch mehr irgendwie anmachen, anpacken, angreifen oder anditschen werde. Reicht das jetzt? Anditschen? Das war's, was wir hören wollten, kicherte da Jon. Das war's, sagte Mira majestätisch. Du hast geschworen. Du kannst gehen. Gemeinsam hebelten sie mit Schraubenziehern die Nägel aus dem Boden. Sam kroch auf allen Vieren aus dem Verlies. Ein Frosch thronte mitten auf seinem Schädel. Wenn der wüsste, wie das aussah. Als Mira abends von der Schule nach Hause kam, stand Carmichael schon in der Tür. Na nu? So überpünktlich? Wie kommt's? Mira musste sich schwer zusammenreißen, um freundlich zu bleiben. Als sie sich drinnen den Mantel auszog, half er ihr galant dabei und fragte so beiläufig, dass es schon wieder verdächtig war. Und? Diese hübsche Bauchtasche? Legst du die nicht auch noch ab? Niemals! Fauchte Mira und stürzte zum Flügel. Nun habt es nicht so. Ich finde dein Handy einfach witzig. Dann sag mir doch wenigstens, wo ich so eins kaufen kann. Schon wieder dieser stechende Blick. Da konnte man echt nicht hinschauen. Keine Ahnung. Mein Gott, dann leih es mir doch einfach mal. Dann schau ich, ob ich das Irgendwo krege. Nein. Das war schroff. Und jetzt möchte ich anfangen. Sie setzte sich an den Flügel und gähnte. Mit Bauchtasche. Nach den Bach-Etüden sprang sie auf. Ich muss mal. Und verschwand. Mami rief ihr hinterher. Das heißt, ich würde mir gerne schnell mal die Hände waschen. Will ich aber gar nicht, brüllte Mira zurück. Auf der Toilette fummelte sie schnell ihr Handy raus. Dajon, kannst du reden? Ich habe diesen fürchterlichen Klavierlehrer gerade hier. Du, der ist hochverdächtig. Der will auch an mein Handy ran. Über den müsst ihr was rauskriegen. Nimm das Handy von deiner Schwester mit und ruf die anderen an. Carmichael heißt der Typ. Der wird in einer halben Stunde das Haus hier verlassen. Ich versuche später dazu zu kommen. Muss mal schauen, wie ich meine Schwester austrickse. Aber es wird schon gehen. Okay, bis gleich dann. Was ist eigentlich an deinem Handy so toll? Och, das kann halt ein paar Sachen, die andere nicht können. Zeigst du mir das mal? Wenn Dajons Neugier erstmal geweckt war, gab es kein Halten mehr. Mira rührte lustlos in ihrer Minestrone. Mami, ich habe morgen einen Englisch-Test. Darf ich schnell nochmal zu Dajon rüber? Die ist doch ziemlich fit. Mami hatte eine nagelneue Lederjacke an Brombeerfarben. Bestimmt super angesagt. Es ist doch schon dunkel draußen. Wollen wir das nicht zusammen lernen? Ja, wäre schon schön. Ach, ich habe ja ganz vergessen, die Opa. Mami sprang auf. Die Matt, die Matt. Das nächste Mal nehmen wir dich ganz bestimmt mit, Baby. Aber dieses Mal sind das Premierenkarten, weißt du, ganz schwer zu kriegen. Als ob sie sich darum reißen würde. Schade, Mami. Dann gehe ich mal. Nimm das Handy mit. Und geh nur durch beleuchtete Straßen. Um halb acht bist du zurück. Mami hatte sich schon die Klamotten vom Leib gerissen. Das Hungern hatte echt was gebracht. Sie war fast so dünn wie Mira. Dann sing mal schön. Mira schnappte den Rucksack, packte Knox ein und sprang die Metalltreppe hinunter. Klein, 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 klein. Wo seid ihr? Flüsterte sie sofort ins Handy, als sie auf die Straße trat. Er ist auf dem Weg zur U-Bahn. Er scheint's eilig zu haben. Er rennt geradezu. Sieht bei seiner Länge ziemlich krass aus, wie eine Barbie-Puppe aus Gummi und aus Tschernobyl. Hä? Wieso Tschernobyl? Viel zu groß eben. Da ist doch nach dem Unglück alles mutiviert. Mutiert? Klar, das Verbessern konnte sich Mira wieder nicht verkneifen. Ich beeil mich. Sie rannte los. Um ein Haar hätte sie die drei über den Haufen gelaufen. Sie kauerten hinter einer Plakatwand. Er ist da drin, flüsterte Kimberley und zeigte auf eine grellbunt beleuchtete Spielhölle. Passt doch zu dem Typ, oder? Da verjubelt er jetzt Mamis Klavierstundendollars. Mira sah, dass Dajon beuchlings auf Ruans Rücken lag. Welch ein Zufall. Wie lange ist er denn da schon drin? Gerade eben. Sollte nicht einer von uns reingehen? Einer von euch. Euch kennt er nicht. Mira gab Dajon einen Klaps. Du siehst doch aus wie einundzwanzig. Das glaubst du doch selber nicht. Nee, 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 nee. Den Ärger erspare ich mir. Was ist denn mit dem Typ, außer, dass der in dein Handy verknallt ist? Schst, zischte Juan, der unter Dajons Last immer noch gut durchhielt. Da ist wer. Noch so eine schwarzgewanderte Gestalt. Da musste irgendwo ein Nest sein. In etwa so groß und dünn wie Carmichael schob sie sich verdächtig langsam an dem mit allem möglichen Zeug verklebten Schaufenster vorbei. Als sie die blau-gelb-grün-rosa Glühlämpchenkette am Eingang passierte, fuhr Mira zusammen. Das war doch, das war die Vogelscheuche von dem vergifteten Getränkewagen. Das war, laut Omi, die schwarze Gamma. Jetzt war sie plötzlich weg. Knocks winselte leise. Diese roten Pünktchen da unten waren doch schon bei ihnen zu Hause in der Küche gewesen in München. Was ist denn, Mira? Kimberly hatte mitgekriegt, wie Mira erschrak. Sie ist verschwunden, habt ihr das gesehen? Miras Stimme zitterte ganz leicht. Und ich dachte, ich hätte einen Aussetzer gehabt, nickte Dajon. Und ich dachte, jetzt brauche ich wirklich eine Brille. Juan rieb sich die Augen. Mira sah einigermaßen fertig aus. Also, ich denke, das ist eine sehr, sehr gefährliche Person. Ich befürchte, aber bitte behaltet das für euch. Sie kann sich unsichtbar machen. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob sie ein Mensch ist. Schweigen. Noch vor zehn Minuten hätte sie jeden für verrückt erklärt, der ihnen sowas erzählt hätte. Doch jetzt? Nachdem sie dieses unheimliche Wesen gesehen hatten, glaubten sie Mira. Was macht bloß dieser Carmichael mit diesem Wesen? Die sind doch bestimmt nicht zufällig, die sind doch bestimmt nicht zufällig, beide hier. Kimberly sah richtig besorgt aus. Klar, die sind verabredet, die hacken was aus und ich schwöre euch, es geht um mein Handy. Mira sah sehr, sehr nachdenklich aus. Ich übe noch ein bisschen Englisch. Mira warf Lilly eine Kusshand zu und verschwand in ihrem Zimmer. Lilly schüttelte den Kopf und grübelte. Wann hatte Mira ihr das letzte Mal eine Kusshand zugeworfen? Sie konnte sich nicht erinnern. Was hatte das denn bloß zu bedeuten? Mira war doch nicht etwa verliebt? Ich muss herausfinden, was die vorhaben und vor allem, wie ich diese armen, verlorenen Seelen befreien kann. Und ich muss wissen, welche Waffen sie haben, was sie können und was nicht. Mira saß an ihrem Hightech-Schreibtisch und trommelte auf die Glasplatte. Knox schob sacht die Tür auf und ließ sich auf den violetten Sessel plumpsen, dem immer noch das eine Bein weggeknickt war. Sah süß aus, wie Knox sich da in der Schräglage rekelte. Moment, der geheimnisvolle Mann mit den traurigen Augen. Sie könnte ihn fragen. Der wusste bestimmt ganz viel. Sie musste ihn nur zum Sprechen bringen. Mira schaltete ihren Computer ein und ging exakt wieder denselben Weg im Internet. Sonnenportal suchen, das Konzert auf dem Handy spielen. Sagenhaft, da war es wieder. Searching the Sun. Searching the Sun. Mira wurde ganz warm. Dann diese wunderschöne Sandsteinsonne, die Gesichtszüge, die darin sanft erschienen. Und auch Knox jaulte wieder auf. Diesmal stand er. Zwischen Hochbett und Fenster. Stimmt. Knox hatte ja auch den Sessel besetzt. Puh, er war größer, als sie dachte. Oh, oh, weiterspielen und hinschauen. Gut, dass sie das Konzert auswendig konnte. Angst hatte sie gar keine mehr. Und auch Knox guckte eigentlich nur noch interessiert. Wie redet man so einen Typ bloß an? Der hatte übrigens exakt dasselbe an wie das letzte Mal. Na ja. Eure Hoheit. Wie kam sie denn da drauf? Na egal. Ich freue mich sehr, dass sie mich erneut beehren. Weiterspielen. Ein ganz, ganz leichtes Lächeln lag auf seinem Gesicht. Gütig. Ja, das war es. Ein gütiges Gesicht. Eure Hoheit. Ich habe euch die Mühe bereitet, mich zu beehren, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich bin in eine Angelegenheit verwickelt, die mich mittlerweile außerordentlich beunruhigt. Ich habe durch sie nämlich ein klein wenig Kenntnis erlangt über die anderen Kräfte, die in unserer Welt wirken. Weiterspielen, rät nicht so geschraubt, aber es ging irgendwie nicht anders. Der große, traurige Mann sah unendlich geduldig aus. Ja, und ich möchte jetzt was tun. Ich muss was tun. Woraus besteht Zauber aus Herz, Verstand und Unerschrockenheit? Der Mann wandte den Kopf zur Seite. Wohin schaute er nur? Ganz weit weg. Also deshalb möchte ich den hellen Kräften helfen, dem weißen Gründer. Wieso hatte sie das jetzt bloß gesagt? Der König oder was auch immer er war, legte den Zeigefinger auf den Mund. Ja, ja, ich sage ja auch sonst niemandem was davon, aber Hoheit, Sie müssen mich verstehen. Ich muss mehr wissen. Ich fühle mich so alleingelassen mit der ganzen Sache. Also mit Verlaub, was wissen Sie über die verlorenen Seelen? Was haben diese armen Menschen getan? Warum werden sie gefangen gehalten? Auweia, das war jetzt nicht so gut gewesen. Er warf den Kopf in den Nacken. Puh, das waren, wie sagt man, perfekte Gesichtszüge, eine geheimnisvolle Harmonie. Jetzt, als wäre er ganz tief in einen See voll Leid eingetaucht, wandte er sich wieder Mira zu. Doch dabei hatte er beide Hände vor sein Gesicht gelegt. Wunderschöne Hände mit diesen vielen fremdartigen orientalischen Ringen dran. Oh oh, da war sie offenbar zu weit gegangen. Viel zu weit. Er ließ die Hände sinken. Der schämte sich ja gar nicht dafür, dass er weinte. Er stand einfach da und hatte Tränen im Gesicht. Eine Hand hob dieses unglaubliche Amulett in die Höhe. Er wollte es ihr zeigen. Wieso nannte er bloß seinen Namen nicht? Wieso sagte er kein Wort? Die Gestalt verblasste und verschwand. Mira hielt es nicht mehr aus. Sie legte den Kopf auf die Arme und heulte los. Es war alles so traurig. Knox kuschelte sich auf ihre Füße. Nein, so nicht. Nicht mit mir. Da hocken tausende verlorener Seelen in der Dunkelheit. Wer weiß, wie lange schon. Und ich soll Englisch pauken. Nicht mit mir. Miras verheultes Gesicht sah wild entschlossen aus. Der kleine Dirigent, er weiß alles und sagt nichts. Das wird sich ändern. Mira spielte die Magic-Melodie und rief ihn herbei. Was ist denn los, Mira? Seine Stimme klang wirklich besorgt, als er am Hufeisen zwischen den Hochbettbeinen baumelte. Dieses Mal wagte sich die Meerkatze sogar aus seiner Brusttasche heraus und triangelte auf seiner Schulter eine tröstliche Melodie. Komm bitte mal hierher zu mir. Mira winkte den kleinen Dirigenten zu sich auf den Schreibtisch. Normalerweise erteile ich die Befehle, aber naja. Er holte Schwung und segelte durchs Zimmer. Die Meerkatze krallte sich in seine Schulter. Als er es sich auf dem Monitor bequem gemacht hatte, setzte Mira an. Ich darf dich doch immer rufen, wenn ich in der Klemme stecke, gell? Exactly. Ich stecke in der Klemme. Ich fühle mich ganz fürchterlich. Ich muss was tun. Und ich weiß einfach nicht, was und nicht wie. Ich habe die verlorenen Seelen gesehen. Der kleine Dirigent straffte sich. Du hast mit dem Magic Handy rumgespielt. Weißt du nicht, wie gefährlich das ist? Wenn ich von euch nichts erfahre, gar nichts erfahre, dann muss ich doch andere Wege gehen. Trotz ist kein guter Weggefährte. Kein guter. Den kleinen Dirigenten schien Miras Verzweiflung überhaupt nicht zu berühren. Aber wenn ich jetzt von den verlorenen Seelen weiß, dann ist es doch nur zu verständlich, dass ich Ihnen helfen möchte. Bitte sag mir doch, wie ich das tun kann. Gib mir irgendeine Aufgabe. Zeig mir, wie ich euch dabei unterstützen kann. Glaub bloß nicht, wir wären da nicht selber dran. Er zeichnete mit seinem Taktstock gelangweilt glitzernde Notenschlüssel in die Luft. Wir sind da schon sehr, sehr lange dran. Die schwarze Gamma bestraft seit ewigen Zeiten Menschen, die sich den Kräften des dunklen Hofes widersetzen. Menschen, die anderen helfen, sie nicht verraten, die sich um sie kümmern. Menschen, aufrechte Menschen, denen Liebe, Treue und Gerechtigkeit etwas bedeuten. Menschen, die Zauber haben. Die dunkle Macht bekämpft solche Persönlichkeiten mit allen Mitteln. Und so lässt sie die Seelen und Körper dieser Menschen nach ihrem Tod nicht in Frieden ziehen, sondern nimmt sie gefangen. In einem schlimmen, furchtbaren, zeitlosen Raum warten sie auf ihre Befreiung. Leider geht das nicht so einfach. Denn die dunklen Mächte sind ebenfalls sehr stark. Sie machen die Menschen skrupellos und hartherzig. Leider haben sie damit bei vielen Erfolg. Wir müssen sehr vorsichtig vorgehen. Und du scheinst das Ausmaß der Verwicklungen und auch das Ausmaß der Gefahr zu unterschätzen, Mira. Wir dürfen die andere Seite im Augenblick nicht so stark reizen. Sonst droht den verlorenen Seelen noch größere Bedrängnis. Überlass die Sache, bitte uns. Er klopfte mit seinem Taktstock so nachdrücklich auf die Glasplatte des Schreibtisches, dass der Diamant an der Spitze rosa und gelbe Funken schlug. Du kannst viel mehr kaputt machen als helfen. Und vor allem, du gefährdest dich selbst über alle Maßen. Und solange du dich noch nicht richtig schützen kannst, bekommst du von uns keinen Auftrag. Mira starrte ihn an. Der kleine Dirigent hatte im Eifer des Wortgefechts die Frackschöße in den Kabeln des Computers verheddert und fummelte jetzt genervt an dem Kabelsalat herum. Doch. Eine Aufgabe hast du ja. Und die nimmst du, mit Verlaub, noch immer nicht richtig ernst. Üben. 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 Mira schaltete den Computer aus. Üben, 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 ja. Was glaubst du, was ich jeden Tag tue? So kamen sie nicht weiter. Kapitel 15 So glad to see you, flötete Mami jetzt schon zum zehnten Mal, mindestens. Doch jetzt ganz besonders zuckersüß, denn das war nun ihr Chef, Mr. Gasser, den sie jetzt begrüßte. Dad stand mit den anderen Gästen im Wohnzimmer herum und parlierte über den Aktienmarkt an und für sich und im Speziellen, kam jetzt natürlich zum Eingang gestürzt, um den Boss zu begrüßen. Unpassenderweise stürzte er mit einem Shampoosglas herbei. Das hatte er in der Hektik vergessen abzustellen. Lilly hatte Mr. Gasser bereits den Mantel abgenommen. Ein Butler in beeindruckend dunkelroter Livree hielt ihm dezent das Tablett mit Champagner entgegen. Wow, sehr geschmackvoll hier. Eine gelungene Begegnung der Weltregionen, ließ der Chef verlauten. Mami konnte ihre Verzückung nicht verhehlen. Nun, die Company hat uns durch fortgesetzte Reisetätigkeit ermöglicht, diverse Weltregionen kennenzulernen. Gasser lächelte gnädig. Mrs. Gasser, in klassischem schwarzem Kostüm, Perlenkette und Pumps, hielt sich, wie es sich gehörte, bescheiden im Hintergrund und schüttelte Mira freundlich die Hand. Die hatte sich ebenfalls in Schale geschmissen, mehr oder weniger freiwillig. Aber den dunkelgrünen Hosenanzug mit grünglänzender Bluse fand sie selbst ganz toll. Darf ich dir unseren Sohn vorstellen? Mrs. Gasser zog einen schlagsigen Jungen zu Mira heran. Mira, may I introduce to you William? William, this is Mira. William faltete sich zu einem kleinen Diener zusammen, wie es sich gehörte. Doch als er sich aufrichtete, war ein Hauch von Widerwillen in seinen Augen nicht zu übersehen. Grüne Augen, mit einem dunkelgrünen Ring drumrum. Ungewöhnlich, dachte Mira und traute sich gar nicht weiterzudenken, dass ihr dieser William nämlich gefiel. Richtig gefiel. Mira, würdest du bitte unsere Gäste ins Wohnzimmer führen? rief Mami herüber, die natürlich gemeinsam mit Dad an Mr. Gasser klebte. Ja, komm doch mit rüber, sagte Mira ganz ohne Etikette. Hoffentlich fangen die bald mit dem Essen an. Ich kann mir diese ganzen Namen sowieso nie merken. Wenn mich jetzt jemand anspricht, ist das super peinlich, weil ich nicht antworten kann, wie es sich gehört. Mira, auf welche Schule gehst du denn? äffte Mira einen blasierten Erwachsenen nach. Und ich antworte dann immer, ich hoffe auf die richtige Mrs. Die sind dann immer so verdadert, dass ihnen gar nicht auffällt, dass ich ihren Namen nicht genannt habe. William musste lachen. Der Trick ist gut, den merke ich mir. Sag mal, sitzen wir denn zusammen? Mira wurde ganz heiß. Er hatte sie bei genau demselben Gedanken ertappt, den sie gerade auch hatte. Neben ihm würde sie wahnsinnig gerne sitzen. Wie er da so lässig rumstand in seinem Anzug, der sah gar nicht nach Konfirmationsanzug aus, sondern richtig erwachsen und wie er den Kopf so leicht schräg legte, mit blitzenden Augen, puh, das machte ihr plötzlich richtig zu schaffen. Mir ist die Tischordnung immer sowas von wurscht, ich frag schnell mal nach. Mira flitzte zu Lily rüber. Du, wo sitze ich eigentlich? Das klang fast ein bisschen scheinheilig. Neben ihm, gab sie trocken zurück. Das schwarze Kleid sah richtig nett aus an ihr. Wieso konnte sie nicht immer sowas tragen? Danke, jubilierte Mira einen Hauch zu laut und versuchte zu William zurückzugelangen. Mira, auf welche Schule gehst du denn? rief ihr die Dame mit dem grauenvollen rosa Glitzerkleid und voller Pfingstochsen-Schmuckbehängung entgegen. Man sollte ihr noch ein Diadem aus Christbaumlametta aufsetzen. Dann wäre sie bestimmt so glücklich, dass sie aufhören würde ständig »How amazing« zu singen. William war voll in Fahrt. Mira aber auch. Sie setzte hinzu. Wenn ich jemals solch ein rosa Kleid anziehen müsste, würde ich lieber ins Kloster gehen. Die Klamotten da sind sexier. Psst, pass auf, sie merkt was. Die Dame in Glitzerrosa schaute irritiert zu den beiden herüber. Der Truthahn war übrigens klasse, zwinkerte William Mira zu. Für so ein ödes Dinner geradezu der Überflieger. Ich könnte mir jetzt auch was Tolleres vorstellen. Mira war in ihrem Element. Was denn? William grinste sie an. Ach, ähm, mit meinen Freunden durchs Viertel streifen und Spaß haben, Musik hören, Videos anschauen. Und, ob du's glaubst oder nicht, ich spiele gerne Klavier. Nicht mit meinem fiesen Klavierlehrer, aber so für mich allein. Ich übrigens auch. William sah mit Krawatte klasse aus. Dabei mochte Mira gar keine Krawatten. Keyboard, fügte er hinzu und schaute auf Miras Hände. Du hast richtige Pianistenhände. Als hätte Mami das Zwiegespräch belauscht, erhob sie sich und klopfte mit ihrem Messer ans Weinglas. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich möchte Ihnen an dieser Stelle nochmals herzlich danken, dafür, dass Sie alle heute Abend Zeit gefunden haben, uns zu beehren. Ich möchte nur sagen, ich bin froh, in dieser Stadt zu leben und diesen amazing Job ausüben zu dürfen. Sie lächelte zu Mr. Gasser hinüber. Mein Mann hat ja bereits jeden der Gäste dieser Runde in seiner kleinen Tischrede vorgestellt. Wer sich jetzt am besten selber vorstellt, das ist unsere Tochter Mirabelle. Sie ist kein Mädchen der großen Worte, dafür musiziert sie lieber. Und deshalb möchte ich Sie jetzt nach dem Hauptgang um eine kleine Klaviereinlage bitten. Übrigens, das ist eine kleine Überraschung, auch für Miras selbst. Applaus. Ho, 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 ho. Der weiße Gründer schlug sich auf den Bauch, dass es nur so klatschte. Das wird sie gar nicht mögen. Ho, ho, Kinder, Kinder, das ist ja schönstes Kino. Er lag auf einem Divan, der wie eine Hollywood-Schaukel langsam hin und her schwang. In einer Hand hielt er seine Glaspyramide, in der er das Geschehen bei den Mais live beobachten konnte, in der anderen ließ er ein funkelndes Jojo auf- und abtanzen. Jedes Mal, wenn es schwungvoll nach oben rollte, stoben, von einem Musikfetzen aus Summertime and the living is easy begleitet, leckere Plätzchen durch die Luft, um die sich jedes Mal ein Haufen kleiner weißer Kätzchen balkte. Pergament hockte auf einer Art Hochsitz am Kopfende des Divans und starte mit einem Opernfernglas auf das Geschehen in der Glaspyramide. Ihre Erleuchtung? Ich halte es im Augenblick für außerordentlich angebracht, Mira Mai unter ständiger Beobachtung zu halten, auch wenn wir diese eventuell im Augenblick einer dritten Person überlassen sollten. Sehr ergiebig ist sie momentan nicht, aber der kleine Dirigent hat uns berichtet, dass Mira geradezu versessen darauf ist, tiefer in die Angelegenheit, verlorene Seelen einzusteigen. Damit brächte sie sich, und natürlich auch uns, in erhebliche Gefahr. Deshalb sollten wir sie zunächst rund um die Uhr beobachten. Nein, nein, du brauchst nicht zu befürchten, dass ich mich beim Zuschauen langweile, lächelte der weiße Gründer. Ich finde das alles außerordentlich amüsant. Ein Kätzchen kletterte an ihm hoch, ließ sich auf dem höchsten Punkt seines Bauches nieder und putzte sich voller Hingabe. Mira war sauer. Mami wusste ganz genau, wie sehr sie diese Vorspielerei auf dem Flügel hasste. Niemals! Schon gar nicht vor allen diesen Leuten hier sie kochte. Natürlich konnte sie ihre Eltern jetzt nicht bloßstellen, sie musste spielen. So eine Gemeinheit! Eine klassische Falle! William hatte sie beobachtet. Lässig legte er seine Hand auf ihren Arm, stand auf und sagte in die Runde, »Wenn Sie gestatten, beteilige ich mich ein bisschen an dem musikalischen Vortrag. Ich habe eben beobachtet, wie sehr Mira überrascht wurde von dieser Aufgabe, welche ja keine so ganz normale ist, die man jeden Tag absolviert. Deshalb möchte ich mich als Partner für einen vierhändigen Vortrag anbieten.« Sehr freundlicher Applaus, bei dem er kurz zu Mira schaute. Die hatte ganz glänzende Augen und lächelte verlegen. »Offengestanden, für mich kommt diese Herausforderung genauso überraschend wie für Mira, aber geteilte Herausforderung ist halbe Herausforderung.« Hatte der es Mami aber gegeben. Die tat so, als hätte sie die Spitze gar nicht bemerkt. Hatte sie wahrscheinlich auch nicht und applaudierte wie wild. »Was spielen wir?«, flüsterte William, als sie aufstanden und zum Flügel gingen. »Kennst du das Concerto de Aranjuez?« »Ich habe es auswendig gelernt, ohne zu wissen, dass es das ist. Aber eben beim Empfang hatte Dad es aufgelegt und da hat mir die Rosa Tussi den Titel genannt. Siehst du, auch Rosa Tussis sind für bestimmte Dinge zu was Nütze. Mira hätte ihn knutschen können. Sie merkte, wie ihre Ohren rot wurden. So, da saßen sie nun also. Fang ruhig an,« flüsterte William. »Okay.« Mira konzentrierte sich und begann zu spielen. Tatsächlich gelang ihr das, was sie sich erhofft hatte. Sie vergaß den ganzen Zirkus um sich herum. Es klang wunderschön. Ohne William wäre das um etliches weniger gefühlvoll gewesen, aber das konnte zum Glück niemand ahnen. Irgendwann, nach einer kurzen Pause, setzte William ein. »Und wie?« »Er spielte mit dem Refrain, er machte Blues draus, Rock'n'Roll.« Mira zögerte einen Augenblick. »Sowas hatte sie noch nie gespielt, das hatte ihr ja noch nie einer gezeigt, aber sie kannte dieses Konzert so gut und William hatte sie so sehr auf Wolke sieben verfrachtet. Sie probierte es einfach. Und siehe da, beide vergaßen die etepetete Gesellschaft an der langen, opulenten Tafel. Sie sprachen über die Tasten miteinander und sie harmonierten, einfach so, über die Musik. Pause. Tosen der Applaus. Die beiden standen auf, William griff unwillkürlich nach Miras Hand. Die konnte sich nicht erinnern, jemals so glücklich gewesen zu sein. »Wow!« Der weiße Gründer saß senkrecht auf seinem Divan, der mächtig vor sich hinschaukelte. »Auf Bauch und Armen bestimmt zwanzig Kätzchen. Das war das Gesellenstück. Mindestens. Oder was meinst du?« Pergament hatte fünf Papiertaschentücher gezückt. Das hätte meinem Teint gefährlich werden können. Tatsächlich, Pergament hatte ein paar Tränen im Augenwinkel. Zum Glück hatte er sie sofort entfernen können. »Ja, naja, dieser William ist ein Talent und ein Glück für Mira.« »Tja, sowas gibt's nicht sehr oft. Aber bei lichten Menschen kommt das vor. Ich wusste doch, weshalb ich mir Mira ausgeguckt habe. Aber die beiden haben noch einen ganzen Haufen Stolpersteine vor sich. Bin gespannt«, seufzte der weiße Gründer und lehnte sich zurück. Mindestens 18 Kätzchen kullerten wie Wollknäuel von seinem Bauch. William schob, ganz Kavalier, Miras Stuhl zurecht. Sie nahmen wieder an der Tafel Platz. Mira war stolz. Vor so vielen Leuten gespielt. Und dann einfach so, na, wie hieß das noch gleich, so improvisiert, genau, improvisiert. Mit ihm, mit William. Mira war ganz schwindelig. William sah ebenfalls ein bisschen bleich aus. »Prost«, sagte er und hob sein Cola-Glas. »Prost«, flüsterte Mira und erwartete ganz selbstverständlich, dass jetzt die Welt Man sollte Kinder lehren, ohne Netz auf einem Seil zu tanzen, bei Nacht allein unter freiem Himmel zu schlafen, in einem Kahn auf das offene Meer hinaus zu fahren. Ganz leise hatte sie das vor sich hingesprochen, doch William hatte es gehört, wie er sie aus den Augenwinkeln heraus anschaute. Tausende kleiner Glückskäfer kribbelten in ihrem Bauch. So, kommen wir zu den härteren Dingen des Lebens, zu denen der nüchternen Organisation und zu einem der schönsten Dinge des Lebens, einem großen Fest, einem sehr, sehr großen Fest, dem Fest zu Ehren des Lichts. Der weiße Gründer stand in Zeitlupe auf und sammelte sich die restlichen Kätzchen vom Bauch. »Pergament, hol mir bitte Vanilla und Giegel herbei, ich möchte jetzt in die Feinplanung einsteigen«, murmelte er, noch sichtlich ergriffen von dem musikalischen Erlebnis. »Du kannst ja ordentlich was verdrücken«, lächelte William, als Mira die letzte Feige aus der Vanillecreme gelöffelt hatte. »Wer schuftet wie ein Kerl, muss auch essen wie ein Kerl«, gab Mira zurück. »Nimmst du Kaffee?« »Nee, nie.« »Dann komm doch mit, ich muss dir was zeigen«, William nickte. Mira beugte sich zu ihm und flüsterte verschwörerisch. »Pass auf, erst stehe ich auf und gehe in mein Zimmer, das ist da vorne im Flur, die letzte Tür rechts, drei Minuten später kommst du nach, okay?« »Also, ich weiß nicht, eure Lichtheit.« Vanilla war ganz im Gegensatz zu ihrer erfreulichen Erscheinung, heute war ihr Haar zu einer Art Heiligenschein gesteckt, um den sich Orchideen wandten, nicht gut gelaunt, nicht wirklich. »Denken Sie bitte daran, dass wir mindestens zehntausend Gäste erwarten, Gäste der unterschiedlichsten Art und unterschiedlichsten Herkunft? Deshalb sollten wir von der Idee eines gesetzten Essens Abstand nehmen. Der durchschnittliche Milchstraßen-Harfling liebt nun mal ganz andere Dinge als der Siebenstern-Höfling von Cassiopeia. Ich plädiere für ein Buffet, und zwar in den gesamten Parkanlagen, auf Lichtinseln, die jeweils weithin anzeigen, was wir dort servieren.« Vanilla warf sich mit Nachdruck die Orchideen-Stola um ihre Schultern. »Hm«, brummte der weiße Gründer, »ist was dran. Nun bestünde aber die Gefahr, dass sich die Gäste in den weitläufigen Parkanlagen so sehr verstreuen, dass sie unser wundervolles Programm verpassen.« »Das im Übrigen noch längst nicht so witzig ist, wie ich das gerne hätte,« Giegel ereiferte sich richtig. »Ich möchte, dass sich zehntausend Gäste kringelnd vor Lachen, dass ihre Herzen Purzelbäume schlagen, dass es nichts anderes gibt als ein großes überwältigendes Lächeln in ihren Gesichtern und in ihren Herzen. Jetzt mach aber mal halblang, Giegel.« Der weiße Gründer ließ sich nachdenklich auf einer gläsernen Schaukel wiegen, die frei in der Luft hing. »Deine Begeisterung in Ehren, aber wir sollten nun nüchtern in die Planung einsteigen, wie wir diese Stimmung erzeugen wollen, anstelle sie pathetisch zu beschwören.« Hui, das saß. Giegel war mucksch und Vanilla zupfte genervt an ihren Orchideen. »Hier wohne ich!« Mira warf sich so überdreht in den dreibeinigen violetten Sessel, dass er hinten überkippte. Quietschend kullerte Mira hinter ihm hervor. »Ist nicht groß, mein Zimmer, aber hoch. Hat man selten, nicht wahr?« Mira war durch nichts zu bremsen. William sah der Vorstellung amüsiert vom Schreibtisch aus zu. »So, und jetzt zeige ich dir was.« Mira nahm abrupt Haltung an. Feierlich schritt sie zu dem eingebauten Metallschrank und nahm die Bauchtasche heraus. Heute Abend hätte sie echt albern ausgesehen zu ihrem edlen Anzug, wie ein Känguru in Ausgie-Uniform. Mira legte bedeutungsvoll das Magic Handy auf die Glasplatte. »Das hast du noch nicht gesehen, wetten?« William runzelte die Augenbrauen. »Eure Lichtheit! Sie verrät das Magic Handy an diesen William!« Pergament platzte in die grübelnde Runde. Müde hob der weiße Gründer den Kopf. »Wem? Diesen smarten William? Soll sie machen. Ich meine, spielen kann sie ruhig drauf. Aber keine Tasten verraten. Wenn sie das tut, ist sie das Ding los.« Da kannte der weiße Gründer nichts. »Also, ich bin deiner Meinung, Giggle. Wir sollten nicht so viel Schau auf den Bühnen bieten. Wir sollten die Gäste lieber anregen, selbst etwas Lustiges zu tun. »Tanzen! Tanzen! Tanzen!« hauchte Vanilla und drehte sich so schnell um ihre Achse, dass da nur noch ein vaniliefarbenes Wirbeln war und segelnde Orchideenblätter. Mira spielte hingebungsvoll auf der Tastatur des Magic Handy. William saß auf dem violetten Sessel, soweit man diese akrobatische Übung Sitzen nennen konnte und staunte. »Ich habe solche Miniatur-Keyboards in den USA schon gesehen«, sagte er anerkennend, als sie geendet hatte, aber als Handy noch nie sensationell. So klein und so ein perfekter Klang. Du kannst es überall hin mitnehmen und spielen, wonach dir gerade zumute ist. Wenn dich jemand nervt, wusch, bist du einfach weg. Besser als jeder MP3-Player. Was kann das Ding denn noch? Er stand auf und trat zu Mira an den Schreibtisch. Die fühlte sich geschmeichelt von so viel Bewunderung und wollte das natürlich noch toppen. »Siehst du diese runde Taste hier aus Palmutt?« William beugte sich vor. Plötzlich ein Winseln und Kratzen an der Tür. »Mira, bist du da drin? Knox dreht völlig durch, was machst du da?« »Mist!« Mira warf hastig das Handy in den Schrank und schaltete den Computer ein. »Ich zeige William meinen neuen Bildschirmschoner.« »Wir haben das früher Briefmarkensammlung genannt.« Lili konnte sowas von Knochen trocken sein, dass es nur so staubte. »Ich würde euch jetzt dringend empfehlen, zur versammelten Gesellschaft zurückzukehren. Man fragt schon sehr nachdrücklich nach euch.« Mira starrte wütend Knox an. Schließlich hatte er sie auffliegen lassen. Aber Knox kaute seelenruhig an einem Schweinsohr herum. »Lass man, Mira.« William stand schon in der Tür. »Wir sehen uns in Ruhe wieder, okay?« Verdammt, konnte der Gedanken lesen. »Auf die müssen wir jetzt aufpassen, verschärft aufpassen.« Pergament winkte Soni und Moni herbei. »Eilmeldung!« Kapitel Sechzehn Der Moloch vom Schwarzen Loch In riesigen, giftgrünen Lettern stach der Filmtitel aus dem chaotischen Filmplakat heraus. Die beiden O des Moloch waren als rotglühende Pupillen gestaltet. Mira, Kimberly, Dayon und Juan saßen auf den Steinstufen des Kinos an der Houston Street und waren sprachlos. Sogar Dayon, und das wollte wirklich was heißen. Mira war die Erste, die ein paar Worte sprach. Ohne Sonne geht gar nichts, das kapiere ich erst jetzt. Stell dir mal vor, es würde einfach nicht mehr hell. Kimberly war völlig fertig und schämte sich offenbar nicht die Bohne dafür. Stellt euch mal vor, es gäbe keinen Frühling mehr, keine Knospen, keine Blüten, keine Rosen, kein glitzerndes Meer, fiel Juan ein und guckte so romantisch, dass Dayon im schrillsten Tonfall, den sie zur Verfügung hatte, ergänzte. Kein glutroter Sonnenuntergang, keine weißen Sommerwölkchen auf knallblauem Grund, keine Farben mehr. Dayon war von ihren eigenen Worten so überwältigt, dass sie sich in Juans Arme fallen ließ. Das haben schon die alten Propheten in der Bibel für den Super-Gau gehalten. Kimberly war in ihrem Wissenselement. Die Propheten, ich sag's euch, die Propheten. Mira sprang auf Richtung Straßenlaterne und schmachtete die flackernde Funzel an. Wende dein Gesicht stets der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Ein schriller Pfeifton schoss aus ihrer Bauchtasche. Alle hielten sich die Ohren zu. Chinesisches Sprichwort, fügte Mira so beiläufig hinzu, als spreche sie fließend Kanton-Chinesisch und drückte die Palmuttaste ihres Handys. Die Stimme, die nun heraustönte, war in der Klangfärbung nicht weit von dem gerade verklungenen Pfeifton entfernt. Mira verzog das Gesicht. Wieso denn? Ist doch alles gut. Wir waren im Kino, wie ich's dir gesagt habe. Schnatterfieb. Die Biene Soraya, sehr niedlicher Disney-Film. Da kann man viel lernen, englische Vokabeln meine ich. Psst, seid ihr wahnsinnig, so laut zu lachen? Ist ja schon gut, komme ja schon. Plopp. Langsam fangen sie an zu nerven. Sie fragen immer öfter, immer genauer nach. Ich befürchte, irgendwann kriegen sie was mit. Mira seufzte tief. Ich gehe dann also. Kim, bis morgen. Wir telefonieren zusammen, okay? Mira klang richtig deprimiert. Kimberly begriff zum ersten Mal, was das bedeutete, deprimiert. Sie sprang auf, umarmte Mira so herzlich, wie sie das noch nie in ihrem Leben hingekriegt hatte und hörte sich Fragen ganz leise direkt in Miras Ohr. Hat er angerufen? Keine Ahnung, ich fürchte, sie würden's mir nicht sagen. Nichts ist gut. Wie Mira davon trottete, ein Bild des Jammers und knox hinterher, hängende Ohren, hängender Kopf, hängender Schwanz und ganz außergewöhnlich zu Fuß, ohne im grellgelben Rucksack zu schaukeln. Na, Mira hätte ihn jetzt vielleicht sogar vergessen, so traurig schien sie. Ruf du ihn doch an, Kim konnte es nicht lassen. Wer ist er? Hey, da Jon hatte ja gar keinen Spott in der Stimme, das klang sogar richtig warmherzig. Und schon waren Mira und Knox um die Straßenecke gebogen, zwei Dreierpacks tanzender Glühpünktchen im Schlepptau, aber die bemerkte niemand, noch nicht mal Schlappohr Knox. Ich schlage vor, dass du die kommende Woche ausschließlich zu Hause verbringst, wenn du aus der Schule kommst. Wenn Dad auf seinem Stuhl so stockverschluckt dasaß wie jetzt gerade, war totaler Tiefdruck angesagt. Widerrede würde ihn höchstens noch tiefer drücken, das wusste Mira aus langer, leidvoller Erfahrung, also in aller Ergebenheit die Klappe halten. Es erreichen mich immer häufiger Meldungen über nicht sehr durchsichtige Verhaltensweisen deinerseits. Du scheinst immer stärkeres Interesse an Dingen und Zeitvertreiben zu entwickeln, die dir nicht zuträglich sein können, Kind. Dad, du hältst hier keinen Vortrag vor deinen Berufshanseln. Hier sitzt deine Tochter, Mr. Mai. Ich habe nun wirklich nicht die Zeit, dies alles zu analysieren, fuhr der fort. Deshalb werde ich alle nicht kontrollierbaren Aktivitäten deinerseits von nun an konsequent unterbinden. In Mira stieg eine Woge ohnmächtiger Wut hoch, bis unter die Nasenwurzel. Hatschi! Dad hasste unkontrolliertes Niesen. Wenn du meinst, dass ich keinerlei Kontakt mit dem amerikanischen Alltagsleben haben sollte, dass ich hier also für die Schule lernen sollte, aber nicht fürs Leben, bitteschön, du scheinst wirklich nur mein Bestes zu wollen. Mira hatte eine erstaunliche Raffinesse entwickelt, Dad mit den eigenen Waffen, wenn schon nicht zu schlagen, so doch ziemlich zu beeindrucken. Pause. Knox, komm, wir gehen jetzt Ami-Werbung gucken und dann lernen wir die Vokabeln. Damn, let's get crazy folks. Hocherhobenen Hauptes wackelten die beiden Richtung Miras Zimmer. Das Knurren der beiden Mägen hörte nur eine und die musste ein paar Tränen wegdrücken. Lilly hatte heimlich so schöne Spare-Ribs gemacht. Ich glaub's nicht. Die schwarze Gamma zerpflückte mit ihren ausgefahrenen Krallen ihre Lieblingsspeise, getrocknete Fischgedärme und bestäubte sie aufs sorgfältigste mit feinstem Quallenpuder. Woher hast du das? Dieses Telaminenluder. Alk balancierte neben der schwarzen Gamma auf dem Plattenkopf einer Klapperschlange, was den Vorteil hatte, dass die sie auf Geheiß überall dorthin schwenkte, wo Alk ihre Beißerchen reinhauen wollte. Jetzt hatten es ihr gerade die Spießchen mit Küchenschaben angetan. Mh, in Maul- und Klaunsoße, raunte sie. Alks Schlitzaugen glühten in Zinnoberrot. Zwischen den einzelnen Häppchen brachte sie der schwarzen Gamma die pikantesten Neuigkeiten zu Gehör. Intriga hatte leichtes Spiel, verehrteste. Sie hat die entscheidenden Personen einfach mit ein paar leckeren Brennstäben bestochen. Es ist nicht immer klug, so geizig zu sein, wie du. Außer sich vor Empörung kippte Gamma einen kompletten Lebertran- Altöl-Cocktail über Alks Schädel. Die hinkte gelassen einen Trupp Mieslinge herbei. Die begannen sofort unter Absingen wüster Flüche und mit wildrudernden Saugnäpfen den Kladderer Datsch aus Alks räudigem Fell zu entfernen. Los, weiter! Gamma waren ein paar Fischdärme in den Ausschnitt gerutscht und kringelten sich dort sehr hübsch. Tja, das Projekt Nummer eins am Hof des Schattens, du weißt. Alk hatte offenbar eine Rasierklinge als Zunge. Swatsch! waren fünf Kakerlaken halbiert. Das Projekt Neidenmeer, das Glück ewiger Dunkelheit, Intriga hat offenbar, wie soll ich ihn nennen, einen Spezialisten gewonnen. Wer oder was das ist, kann ich leider noch nicht genau sagen. Egal, dieser, nennen wir ihn Fachmann, hatte eine wohl ziemlich geniale Idee. Er versucht nämlich nicht, das Licht zu töten. Das wäre ja auch eine ziemlich unlösbare Angelegenheit, aber er scheint in der Lage zu sein, die Feinde des Lichts so zu aktivieren, dass... Wieso tut er das für Intriga und nicht für mich? Die schwarze Gamma war vor Zorn auf den Tisch gesprungen und verquirlte mit den Absätzen ihrer Stöckelschuhe das gegorene Fliegenpilz Muß. Wenn sie weiß, wie das Licht zu töten ist, dann wird sie die Herrin der Dunkelheit. Ihr Gekreische ließ sämtliche Bleikristallgläser zerspringen. Putsch, Putsch, Intriga will mich stürzen, sie selbst will auf den Thron, wer sind ihre Verbündeten los, raus damit! Schon hatte die schwarze Gamma ihre engste vertraute Alk beim Schwanz gepackt. Alk fuhr ungerührt fort. Ich kann dir nur sagen, bei wem ungewöhnlich üppige Sträuße von Brennstäben rumstehen. Das klang unendlich blasiert und passte hervorragend zu der aufreizend peniblen Art, mit der sich Alk nun die Krallen reinigte. Na mach schon, sag's mir, rücks raus! Die schwarze Gamma saß nun mitten auf dem Tisch zwischen Kakerlakenspießchen und Fliegenpilz Muß und fuchtelte mit einer Widerhakengabel gefährlich nah vor Alks Näschen herum. Ich habe mir auch schon lange keine Brennstabmassage mehr gegönnt. Alk biss der Gabel schnell mal den Teil mit den Widerhakenzinken ab und spuckte ihn in hohem Bogen Gammers Ausschnitt. Da machte er sich neben den Fisch Gedärmen wirklich sehr nett. Sagen wir zwölf Stäbe und wir sind uns einig? Die schwarze Gamma war sprachlos, was sehr selten vorkam bei ihr. Ja, dann, dann! Während sie noch so vor sich hin stammelte, kam die kleine gemeine Gewitterhexe herbeigestürmt, umzuckt von Blitzen in allen erdenklichen Blau- und Grünschattierungen, sogar das Haar gigantischen Hakennase tickerten die neuesten Meldungen durch. Jetzt war dort gerade zu lesen, großer Erfolg für den Hof des Schattens, ganz Kalifornien ohne Licht. Die kleine gemeine Gewitterhexe riss einer der unzähligen Ratten, die auf ihrem Körper umherwuselten, einen Zettel aus den Hauern und stieß mit fisseliger Stimme hervor. Ihre Scheußlichkeit, verehrte schwarze Gamma, mir wurde von unseren Schlamm-Trollen in Zettel, Großmutter Mai hat ihrer Enkelin Mira die heiligen Zahlen des Magic Handy verraten. Kunstpause, Miniatur Donner, ein kleiner Wolkenbruch umspülte Gammas Stöckelschuhe. Ja, heilige Pest und Cholera, was soll ich mir denn noch alles bieten lassen? Gamma stampfte mit einer solchen Wucht auf den Tisch, dass der in der Mitte entzwei brach und sie ziemlich unelegant in einem Kranz von Köstlichkeiten auf dem Fußboden zu sitzen kam. Alk thronte ungerührt über all dem auf ihrem Klapperschlangen Kopf. So, wir werden jetzt klar Schiff machen. Das klang nicht gut. Gammas Stimme hörte sich jetzt tatsächlich nach einem sehr schlecht geölten Schiffsmotor an. Wüst entschlossen raffte sie sich auf, schüttelte sich heftig, Fischgedärme bis Affenzahn alles schoss durch die Gegend. Baron Leter bei Fuß. Der schrille Befehl zischte durch sämtliche Kamine und Schächte des Schwarzen Lochs. Augenblicklich waren sie zur Stelle. Der Baron und der Teer gestank. Erstens, was wissen wir über die Aktivitäten von Großmutter Mai und diese verflixten heiligen Zahlen? Zweitens, wer hier am Hofe des Schattens versucht, mir die Macht zu entziehen? Wenn sie nicht antworten können, sind sie rank und namenlos. Fisch! Der Tambourstab war pfeilschnell durch die Luft gesaust und in der Schüssel mit gebackenem Hühnerkot gelandet. Erstens hat Großmutter Mai ihrer Enkelin die Zahlen per Telefon verraten. Darüber hat uns die kleine gemeine Gewitterhexe informiert. Sie ist eine der ganz, sagen wir, gewissenhaften Lauscherinnen in der Atmosphäre. Dank ihr bleibt uns so gut wie kein Telefongespräch verborgen. Die schwarze Gamma tätschelte der Gewitterhexe tollpatschig das wetterleuchtende Haar. Ein paar Blitze verhederten sich dabei in Gammas Krallen und lösten sich mit einem fiesen Zischen vom Kopf. Die Gewitterhexe sprühte Spiralfunken vor Schmerz. Übrigens hat sie der Mira auch die elementaren Geheimnisse des Zwistes Lebensmüde? Offenbar. Baron Letaire sprach so iglu kalt wie immer. Ich denke da steht eine Kardinalstrafe an. Oh ja! Oh ja! Kardinal! Radikal! Kardinal! Kreischte Gamma. Zweitens Baron Letaire genoss seinen Wissensvorsprung sichtlich. Seine Glatze rötete sich, sein Monokel beschlug. Zweitens Zisch! Ein Bühnerkot. Zweitens basteln Intriga, Grünhild und Don Mimos unter Hochdruck an einem Schirm der vereinten Schatten gegen das Licht. An einem gigantischen Schirm des Schattens sozusagen weltumspannend. Wie? Das tun die ohne mich, ohne mein Wissen Hochverrat! Ober aller super Hochverrat! Nun vielleicht möchte Intriga nur ihre Stellung bei Hufe ein wenig verbessern, verehrte Herren der Düsternis. Baron Letaire versuchte umständlich sein Monokel mit dem Uniformärmel zu putzen, doch vor allem das Orange-Rot zog schmierige Schlieren. Sie wartet schon sehr lange auf eine Beförderung, genauer gesagt 8645 Jahre. Aha! 8645 Jahre! Diese Zahl hast du dir so rein zufällig gemerkt, klar! Intriga hat dir natürlich noch nie die Ohren voll gejammert von wegen blockierter Karriere, die jetzt endlich auf Touren gebracht werden müsste, du Giftzahn, du! Die Klapperschlange schloss beleidigt die Kulleraugen. Du steckst also auch mit dieser Hochverräterin unter einer Decke? Jetzt wird mir alles klar, die Verschwörung läuft schon lange, sehr lange, ja? Wahrscheinlich trefft ihr euch dreimal die Woche, um an meinem Sturz zu feilen? Das Schnarren ihrer Stimme war gefährlich leise geworden. Ja, was glaubt ihr denn, wer ihr seid? brüllte sie plötzlich. Ich werde euch alle wegfegen, alle, ich werde sofort einen neuen Hofstaat ernennen, ihr kommt alle in die Warteschleife, nach ganz unten, in Ketten, auf dem Bauch, mit dem Gesicht im Dreck, Alk! Die Ratte versuchte gerade der Klapperschlange ihren Giftzahn zu ziehen. Verhaftet, Intriga, Grünhild, Don Mimus, Baron Lether sind alle verhaftet, ab mit ihnen Tiefgeschoss, Warteschleife sofort! Alk ließ den Giftzahn los, aus dem ein ganzer Schwall grünlicher Flüssigkeit schoss. Okay, okay, mach ich, aber wollen wir uns nicht vorher über die Nachfolge einigen? Pause. Baron Lether pullte Hühnerkot vom Tambor stab. Immer noch Pause. Die kleine gemeine Wetterhexe könnte ja die Aufgaben in Trigas. Danke, das ehrt mich sehr, unterbrach die kleine gemeine Gewitterhexe, aber ich verstehe überhaupt nichts von Labyrinthen und einer hier sollte das, denke ich doch. Bedeutungsvoller Krähenblick in die geweiteten Gamma-Pupillen. Außerdem kann ich nicht so gut mit VIPs, auf die sind sie doch speziell angesetzt, oder? Selbstverliebtheit hinter Witzchen verstecken, Ellbogenkarriere hinter Katzbuckelfreundlichkeit, Konkurrenten platt machen und jeder Denkmann habe dem doch nur geholfen, Geiz mit falscher Bescheidenheit tarnen, niemand flößt das den VIPs genialer ein als Intriger. Danke, nein, ich würde in so einem Jock ganz schnell verbrennen, und zwar auf Intrigers ganz persönlichem Scheiterhaufen. Die kleine gemeine Gewitterhexe zischte jetzt lieber ab, auf eine Art Geländeblitz, etwas träge zwar, aber hervorragend zu steuern. Wie stellt sich denn diese vermaledeite Intriger eine Beförderung vor? Der Baron pulte gelassen weiter. Och, sie hätte gerne einen Ministerrang, Ministerin für Intrigenaffären. Das wäre im Prinzip nicht mehr an Verantwortung, als sie jetzt schon hat, nur sie hätte endlich die Privilegien, Dienstreiseblase, persönliche Bekleckerrentin, eigener Quecksilbersee und die Spesen, vor allem die Spesen. Erpressung, das ist glatte Erpressung, niemals, und mit der habe ich jahrhundertelang im Kohlenkasten gesessen und Kohlenstaubburgen gebaut, meine beste Freundin, gemeinsam durch Freud und Leid. Da die schwarze Gamma natürlich keinerlei Tränendrüsen hatte, verzog sie nur grässlich das Gesicht. Vergessen Sie nicht, auch verehrte Chefin der Schattenmächte, wer sie auf diesen Thron der Düsternis intrigiert hat. Baron Leter nahm sich echt was raus. Er musste sich der gemeinsamen Sache ziemlich sicher sein. Niemand will ihnen den streitig machen, aber von Zeit zu Zeit sollte man sich an ihrer Stelle vielleicht doch etwas erkenntlich zeigen. Die schwarze Gamma begriff. Da war nichts zu machen. Wenn sie auf dem Thron bleiben wollte, dann musste sie einlenken. Dann musste sie diese Intriger zur Ministerin machen. Aber sie durfte dabei natürlich nicht das Gesicht verlieren. »Nun, wir haben eine hochkomplizierte Strafaktion in Kitzbühl vor Augen«, quäkte sie blasiert. »Überhaupt nicht kompliziert«, fiepte Alk in ihren Rattenbart. »Und für solch eine außergewöhnliche Herausforderung sollte man sich wappnen. Da braucht man eine schlagkräftige Truppe, eine, die zusammenhält und stolzest auf die eigene Stärke. Dann ist es nur gut, wenn unter den führenden Köpfen eine Ministerin ist.« Jetzt schaute sie auch noch beifallheischend in die Runde. Alk schüttelte sich. Gamma schien eine Menge ihrer Stärke vergessen zu haben oder verloren oder vielleicht hatte ihr die jemand weggehext. Dem sollte ich mal nachgehen, dachte Alk und peitschte unruhig mit dem Schwanz. »Operation Kitzbühl bei Mai. Hiermit übergebe ich Baron Lothair die militärische Leitung. Die Gesamtleitung übernimmt die Ministerin für intrigante Angelegenheiten.« »Alles gut?« Schmus räkelte sich auf seinem Massagekissen. »Bei mir ist alles gut.« Der Harfling hatte auf zwei Luckiluckis zu achten. Der eine zeigte Lilly, wie sie gerade einen Löffel Kuchenteig abschleckte und verstohlen über die Schulter linste. Auf dem anderen sah man Judith Mai mit verbissenem Gesicht in sehr schicken Trainingsklamotten auf- und niederhüpfen, angetrieben »Auch alles gut!« rief Zotikus herüber, der sein Massagekissen als Bongo-Trommel nutzte. »Toller Job! Seit Tagen nichts los! Diese seltsame Familie Mai scheint den Weltrekord in Langeweile aufstellen zu wollen!« Das eine seiner beiden Luckiluckis zeigte Mira, verträumt im Schulbus schaukelnd. Auf dem anderen war Omi Elisabeth im Nachthemd zu sehen. Sie stand am Fenster und suchte mit einem Nachtfernglas die Hügelketten gegenüber ab. Eine so nette alte Dame, nur leider hat sie offenbar einen Verfolgungstick. Die ganze Nacht scheint sie auf irgendwen oder irgendwas zu warten. Ich möchte mal wissen, wann sie schläft. Schmus begann wunderschön auf einer Panflöte zu spielen. Sofort trommelte Zotikus ganz zart dazu. Omi zuckte zusammen und drehte hektisch am Schärfenrädchen des Fernglases. Die Kuhherde am Hang gegenüber. Vor ein paar Tagen hatte Bauer Unterberger sie auf die Frühlingswiese getrieben. Diese Herde schien sich mehr als ungewöhnlich zu bewegen. Im fahlen Mondlicht war das nicht so ganz genau zu erkennen, aber Omi meinte ganz deutlich zu sehen, dass die Tiere tanzten. So eine Art Formationstanz. Die Kühe hatten sich in einen Baum zu starren und dort meinte Omi einen kleinen grell schillernden Punkt zu erkennen, der chaotisch hin und her zuckte. Genauso tanzten die Kühe. Schön sah das nicht aus. So als hätte jemand ihre Kuhschwänze in eine Steckdose gesteckt, hüpften sie mit aufgerissenen Augen und wüst gesträubtem Fell hin und her. Als wüssten sie nicht so richtig, wie viele Beine sie eigentlich hätten, warfen sie ihr Gewicht mal auf die Vorder-, mal auf die Hinterbeine, mal nur auf die rechten zwei, mal auf die linken. Und als wären ihre Körper aus Gummi, staksten die beiden gerade nicht benötigten Beine senkrecht nach oben in die Luft. Mein Gott, da fehlen nur noch die Röckchen und die könnten im Pariser Lido auftreten. Ob die wohl Techno tanzen, so stelle ich mir das vor. Doch auch mit coolen Sprüchen wurde Umi ihr tiefes Unbehagen nicht los. Dieser gemein schillernde Punkt dort drüben im Baum. Umi drehte weiter am Schärfen Rad. Jetzt stand der Mond so, dass der Baum als Schattenriss zu sehen war. Über diesem wackelnden Punkt schien noch etwas zu sein. Ein großes langes Etwas hatte sich an einen dicken Ast geschmiegt, der sich unter seiner Last bog. Aus diesem Etwas ragte ein seltsamer Gegenstand vom Umriss her irgendwie trompetenartig, lang, schmal und zum Ende hin breiter werdend. Umi stellte das Fernglas auf die Biedermeier-Kommode, lief wild entschlossen ins Schlafzimmer, streifte sich hastig einen dicken Wollrock über das Nachthemd, schlüpfte in einen Wintermantel und stapfte ins Freie. Augenblicklich hielt sie sich die Ohren zu. Was für ein unbeschreiblich scheußlicher Krach, als hätte jemand eine ganze Kompanie Presslufthämmer in einen Tunnel gesperrt und sie aufgefordert, in einen Krachwettstreit mit einer Horde durchgeknallter Monstermöwen zu treten. Wieso hatte sie das denn eben noch nicht gehört? Sehr seltsam. Das Zentrum des Geräusche Grauens schien tatsächlich in diesem Baum dort drüben zu sein. Vorsichtig ging Omi darauf zu. Da waren noch viel mehr Wesen zu erkennen, Omi erschrak. Mieslinge. Hunderte von Mieslingen klammerten sich mit ihren Saugnäpfen an die kahlen Äste und arbeiteten sich an unsäglichen Geräten ab, um diesen ohrenbetäubenden Krach zu erzeugen. Oh ja, den schwall säuerlichen Gestanks, das kannte sie sehr gut. Also, alles klar, das hier war ein Angriff aus dem Hof des Schattens und der galt ihr. Baron Letheer, keine Frage, dass der das grelle Wesen da oben war, der würde nicht extra persönlich angerauscht kommen, um eine x-beliebige Horde Kühe zu verhexen, nein, das hier galt ihr. Omi fühlte sich ganz schwummerig und ihr wurde schlagartig bewusst, wie ungeschützt sie hier draußen auf der Wiese stand. Hey, Schmus, schau mal her, da haben wir den Salat. Zotikus schaukelte auf seinem Massagekissen aufgeregt hin und her und versuchte einigermaßen ins Gleichgewicht zu kommen, um das Geschehen auf dem Luki Luki verfolgen zu können. Die locken die gute alte Frau Mai in eine Falle, die Schweine. Zotikus sprang auf, knallte dabei mit Schmus zusammen, der ja auch gucken wollte, was los war, griff sich dessen Panflöte und sauste mit einem melodischen Tatütata zum Fahrstuhl. Als Umi sich umdrehen wollte, um in ihr Haus zurück zu gelangen, schallte Intrigas Stimme zu ihr herüber, diesmal auf schmeichlerisch gepolt. Frau Mai, darf ich Sie darauf hinweisen, dass es ein ungeschriebenes Gesetz ist, die Angelegenheiten zwischen den beiden Höfen nicht an Dritte weiterzugeben und dass wir es seit Jahrhunderten so halten, Personen zu bestrafen, die sich nicht danach richten? Soll sie doch säuseln, dachte Umi und warnte sich um. Wer nicht hören will, muss fühlen, kreischte es plötzlich hundertstimmig hinter ihr her. Umi beschleunigte ihre Schritte. Wer zu viel redet, muss schweigen. Umi rannte jetzt, so gut das über die hoppelige Wiese möglich war. Deshalb sah sie nicht, wie Intriga riesige Flüstertüte anhob und auf Umi richtete. Eiseswinde der Dunkelheit seid bereit! Ein gigantisches Rauschen, Sausen und Fauchen hob an, zunächst nur von der Ferne zu hören, doch es schwoll in Windeseile an. Von allen Seiten kam es näher. Umi blieb wie angewurzelt stehen. Sie wagte es nicht zurückzuschauen. Schon hatte das Pfeifen und Jaulen Sturmstärke erreicht, sammelte sich jetzt für den Bruchteil einer Sekunde über der Flüstertüte, die Intriger mit beiden Händen umklammert hielt. Sämtliche Mieslinge klebten an dem ungewöhnlich großen dunkelschimmernden Teil, um es zu stabilisieren. Jetzt wurde auch klar, weshalb. Der Eisorgan fauchte plötzlich mit voller Wucht durch die Flüstertüte hindurch und während die pfeifende Kälte in Richtung Omi Elisabeth raste, brüllte Intriger hinterher Reden Verweben Singen Verklingen Stimme Verschwinde Und schon hatte der fauchende Eisorgan Omi erfasst, hob sie vom Erdboden in die Höhe, wirbelte sie wie einen Kreisel empor, der sich schneller und schneller um sich selbst drehte, bis sie die Alpen im kühlen Licht des Mondes aus Flugzeug Perspektive sah und zisch raste sie schon wieder der Erde entgegen. Als sie Sekunden später auf der Wiese saß, rang sie nach Atem, über und über war sie mit schwärzlichen Eiskristallen übersät. Sie schaute sich um, der Spuk war vorbei, ein paar Kühe glotzten verdattert herüber, der Mond schien durch die Zweige, Omi merkte erst jetzt, dass sie am ganzen Körper zitterte, Espenlaub war echt trantütig dagegen, sie huschte ins Haus, um sich ein heißes Bad einzulassen. Noch mal gut gegangen, wollte sie erleichtert flüstern, doch aus ihrem Mund kam nur eiskalter Atem, ihre Stimme schien irgendwo festgefroren zu sein. Die Stimme schien 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 Vielen Dank.